Herzlich Willkommen zum Mediale Energetik Treff. Heute geht es um eine Meditation, zu einem Thema, das immer wieder gerne aufgegriffen wird von der Energetik her. Und da geht es natürlich um das Vergeben und um das Loslassen alter Eindrücke, alter Verletzungen. Und wir werden uns gleich mitten ins Thema reinschmeißen und einmal versuchen, Vergebung einzuladen. Nämlich Vergebung einladen, dass du selber gar nicht aktiv sein musst, ihm vergeben, sondern dass das selber fließt, dass das ein passiver Vorgang wird. Und jetzt schauen wir mal, ob wir diese Energie etablieren können. Und für das probieren wir mal, dass wir uns öffnen, dass es weicher wird. Und wir starten da jetzt gleich einmal mit so einer Weichmachenergie. Das heißt, ich lade dich ein, schließe mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus. Und erlaube dir mal, immer tiefer und tiefer in die Entspannung zu sinken. Du verlässt jetzt die Welt, die Ebene deiner Alltagsgedanken und machst dich auf eine Reise des Loslassens, des Vergebens. Ich begebe mich auf eine Reise des Loslassens und des Vergebens. Und vielleicht spürst du schon eine gewisse Enge, einen gewissen Druck. Und das ist ein Koffer, so kannst du dir das vorstellen, ein innerer Koffer. Eine innere Tasche, die verschlossen ist mit alten Eindrücken, die du nicht loslassen möchtest. Du kannst dir diese Reise vorstellen, wie eine Reise, wo du zu viel Gepäck mitnimmst. Und du spürst nun eben diesen verschlossenen Koffer, diese verschlossene Tasche, wo einfach Teile deines Innersten, Teile deines Energiefeldes, Eindrücke zurückhalten, festhalten. Und das sind Eindrücke, die du nicht loslassen möchtest oder nicht loslassen kannst und die du deshalb auch nicht verzeihen oder loslassen kannst. Und mach dir einfach mal diesen Koffer bewusst, ob du ihn in dir spürst als Blockade, ob du ihn visualisierst und sagst, das ist der Koffer mit Emotionen, die gespeichert sind, mit Ereignissen, die gespeichert sind, die ich nicht loslassen möchte. Und das Erste, was zu tun ist, ist jetzt die Erlaubnis zu geben, diesen Koffer zu öffnen. Vielleicht hast du das Gefühl, der ist verschlossen, da kommst du nicht dazu. Aber du lässt diesen Koffer jetzt einfach mal öffnen. Und wir bitten jetzt mal die geistige Welt, bitte öffne diese Tasche, öffne diesen Koffer, öffne die Aspekte in meinem Energiefeld, wo ich festhalte, wo ich nicht losgelassen habe. Wo ich mich vielleicht emotional auch im Kreis drehe. Und lass jetzt einfach mal diese Energie der Öffnung einfließen. Erlaub dir einfach mal, dass diese Qualität des Öffnens zu dir kommt. Das ist die Gabe, das Geschenk der Hingabe, der Weichheit. Hingabe, Weichheit. Und du spürst jetzt, wie diese Hingabe, diese Weichheit an diese Blockade kommt, an dieses Festhalten, an diesen Koffer kommt, an diesen Verschluss kommt. Und wie sich der Koffer öffnet. Die Tasche öffnet sich. Und in dieser Tasche ist ein Haufen altes Gerümpel. Es wird sichtbar. Vielleicht sind es Streitigkeiten schon aus dem Kindergarten. Also ganz uralte Streitigkeiten. Vielleicht sind es gerade Konflikte mit Arbeitskolleginnen oder Kollegen, aktuelle. Aber es ist auf jeden Fall alt, denn du brauchst es jetzt nicht mehr. Und jetzt ist es mal offen, es liegt jetzt mal offen da. Das alte Zeug, das alte Gerümpel. Das, was dich auf deiner Reise belastet. Und du spürst aber, du möchtest dich nicht davon trennen oder du kannst dich nicht davon trennen. Zu sehr bist du dieses Gerümpel gewohnt. Und schau dir mal das Gerümpel an. Mach dir wirklich bewusst, wie viel ja, klumpert, Schutt, Geröll, altes Zeug in diesem Koffer ist. Zeug, das kein Mensch mehr braucht, auch du nicht. Und schau mal, wie viel Energie es dich kostet, dieses Zeug Tag für Tag, Stunde um Stunde mit dir mitzuzahnen, auf deine Reise mitzunehmen. Gewand womöglich, aus dem du schon lange rausgewachsen bist. Alte, uralte Dinge. Und spür auch vielleicht die Emotionen, die damit verbunden sind. Die Trauer, die Schwere, der Ärger, die Frustration, der Kummer, macht dir bewusst, dass du diesen Koffer freiwillig mit dir trägst, diese Lasten freiwillig mit dir trägst. Keiner zwingt dich dazu. Mach dir das nochmal bewusst, lass dir das bestätigen, auch nochmal von deiner Intuition. Ich werde nicht dazu gezwungen, diesen Koffer mitzutragen. Ich werde nicht dazu gezwungen, diese Lasten mit mir mitzutragen. Dieses Gerümpel, das mir so viel Energie und Kraft kostet. macht dir das bewusst. Ich werde nicht gezwungen dazu, das mitzutragen. Mach dir das nochmal bewusst und frag nochmal, ob das stimmt. Ich werde also nicht gezwungen, also trage ich das freiwillig mit mir herum. Ich trage all dieses Gerümpel, all diesen Schutt, all dieses alte Zeug freiwillig mit mir herum. Ich trage das freiwillig mit mir herum. Ich erkenne, dass es keinen Nutzen für mich hat. Ich erkenne, dass es keinen Nutzen für mich hat. Und dennoch trage ich es freiwillig mit mir herum. Und natürlich gibt es Anteile in dir, die sagen, ich möchte das nicht loslassen oder ich kann das nicht loslassen. Aber du spürst, dass jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, dich von diesem Zeug zu trennen. Und du erlaubst dir jetzt mal ganz bewusst, eine Entscheidung zu treffen. Möchtest du dich von diesem alten Ballast trennen? Schaust dir nochmal an, Motten zerfressene Klamotten? Schutt, Gerümpel, nichts, was dir auf deiner Reise dient. Möchtest du dich von diesem Tant rennen? Und spür mal, dass ein Ja in dir aufsteigt. Spür das mal. Spür mal das Ja, das jetzt in dir aufsteigt. Und nun bitte um die Gnade. Bitte das göttliche Licht, wenn du möchtest. Bitte die geistige Welt, wenn du das möchtest. Bitte die Lebensenergie, wenn du das möchtest. Um die Gnade des Loslassens und des Vergebens. Ich bitte um die Gnade des Vergebens und ich bitte um die Gnade des Loslassens. Ich bitte um die Gnade des Vergebens und ich bitte um die Gnade des Loslassens. Es ist an dir loszulassen Also die geistige Welt kann das jetzt lösen und loslassen Ich übergebe es der geistigen Welt Alles was jetzt keinen Platz mehr in meinem Leben hat Alle alten, aufgestauten Emotionen All das darf nun transformiert werden Und du spürst jetzt, dass Bewegung in dieses Gerümpel kommt Dass Dinge aus dem Koffer empor gehoben und aufgelöst werden Abgesaugt werden, dass der Koffer sich leert Schicht für Schicht, Element für Element Gegenstand um Gegenstand wird aus diesem Koffer abgesaugt Und dieser Koffer leert sich immer mehr Und spür jetzt einfach mal Dass wirklich aus dir etwas abgesaugt wird Dass etwas Dichtes gelöst wird Und erlaube auch noch mal um die Gnade Also bitte noch mal um die Gnade des Loslassens Erlaube, dass das Loslassen in dich einfließt Dass die Heilung in dich einfließt Dass Lebendigkeit in dich einfließt Flexibilität in dich einfließt Dass alles was dicht ist Was angespannt ist Dass all diese Spannung nachlässt Denn du hast so viel Kraft aufgewendet All das alte Zeug mit dir zu tragen Und nun darf es sich lösen Erlaube die Lösung in deinem Leben Mach dir das noch mal bewusst Ich gestatte die Lösung Die Erlösung in meinem Leben Und die geistige Welt fließt in dich ein Und reinigt die Aspekte Du spürst, dass der Koffer immer leerer und leerer wird Und so, wie sich quasi der Koffer leert Reinigt sich auch dein Energiefeld Und wenn sich dein Energiefeld reinigt Und während es sich reinigt Fließt Lebensenergie in dich ein Und lädt dein Energiefeld neu auf Mit Motivation, mit Leichtigkeit Mit Freude und Perspektive Aber vor allem mit Frieden Und Zufriedenheit Unterdrückte Lebensfreude und Lebenslust Flackert jetzt wieder in dir auf Und du spürst jetzt auch, dass der Koffer Das Behältnis, wo all das gespeichert war Sich jetzt lösen darf Und abgegeben werden darf Nach hinten abfließt Und erlaube dir mal jetzt tief einzuatmen Und wieder auszuatmen Also nochmal tief einatmen Und wieder ausatmen Und du spürst, dass du flexibler Kraftvoller wirst Und du spürst auch, wie sich diese alten Verletzungen Kränkungen Enttäuschungen Einfach aufgelöst haben Du spürst deinen seelischen Frieden Und deine Zufriedenheit Die sich mehr und mehr in deinem Dasein etabliert Und du spürst, dass du freier Klarer und bewusster wirst Mutiger Durchsetzung stärker Klarer, strukturierter Und dass du ganz in deine Kraft kommst Altes Misstrauen anderen Menschen gegenüber Ist weggefegt Du spürst die Kraft Der Zusammenarbeit Des Zusammenseins Des Teamworks Du spürst, dass du alleine Viel, viel weniger ausrichten kannst Als viele Und du spürst Und du spürst die Verbindung Zu allem Leben Und allen Lebewesen Und du spürst, dass du jetzt Auf deiner Reise bist Völlig in deiner Kraft stehst Und alte, hemmende Muster Weit hinter dir liegen Du atmest nochmal tief ein Und wieder aus Und wieder aus Und du bedankst dich jetzt mal Bei der geistigen Welt Für die Hilfe und Unterstützung Und du spürst jetzt mal rein in dich Wie du freier, leichter geworden bist Und du spürst Und du spürst, du hast vergeben Und du hast losgelassen Und du bedankst dich bei der geistigen Welt Für die Gnade dieses Geschenks Dieses Erlebnisses Atme nochmal tief ein Und wieder aus Und dann streck dich durch Bewege deine Arme und Beine Und komm dann in deinem Tempo Ins Hier und Jetzt In diese Zeit In diesen Raum zurück Bewege nochmal die Schultern Und wenn du dich gut spüren kannst Dann kommst du ins Hier und Jetzt In diese Zeit In diesen Raum zurück Und kannst dich an alles erinnern Was während dieser Reise geschehen ist Wie ist es dir mit der Meditation gegangen? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Schreib es mir gerne in die Kommentare Und wie immer natürlich freue ich mich Über einen Daumen hoch Und abonniere den Kanal Da kannst du mich wahnsinnig damit unterstützen Und teile natürlich das Video Wenn es dir gefallen hat Ich hoffe wir sehen uns demnächst wieder Aus dem wunderschönen Lenz Bis nächstes Mal Dein Oliver Ereni Tschüss !", oder? Abonniere den Kanal Untertitelung des ZDF, 2020